vorsicht sie sind hier erwarte euer kommando aber ich habe alle meine hunde verloren habe ich nicht nur acht stück hier haben sie nur vergessen wir sind bereits in der luft bereit für den kampf bin unterwegs sie haben es auf uns abgesehen hierin schütze uns sind auf feinde gestoßen da müssen wir das lager da oben irgendwie zerstören erwarte euer kommandos befehl und los wir sind bereits in der luft auf eilenden schwingen einsatzbereit sichern hierin schütze uns alles klar was war das für ein schicker bogen also das war ein schick aussehender bogen herz gebiet sichern wir sind bereit sind bereits in der luft da kommen meine hunde einsatzbereit gebiet sichern alles klar befehl verstanden feindkontakt ihr habt gerufen schenke uns günstigen wind verstärkt verstärkt die verteidigung ich glaube aber nicht dass die beiden hier nahe genug dran sind oder nein gibt das zeichen unterwegs gebiet sichern wir sind bereits in der luft auf eilenden schwingen so die da oben die können wir auch mit uns hier mir nach gebt das zeich verstanden eltengruppe auseinandernehmen alles klar ja die belagerung vollständig fand ich das habe ich bereits geplündert hier ist eigentlich auch alles abgedunkelt auf mein zeichen und los in die schlacht ihr habt gerufen gib das zeichen bin unterwegs auf mein kommando du schreckst mich nicht zur ehre aoneers du schreckst mich nicht bereit und los schnell sofort gib das zeichen verstärkt die verteidigung erwarte euer kommando bin unterwegs das sie schlagen zu man das ist auf mein kommando für die rune gerade ein bisschen ein leck fest hier unten vorsicht sie sind hier erwarte euer kommando dafür dass das spiel eigentlich so alt ist erwarte euer kommando erwarte euer kommando schnale schnale sind auf feinde gestoßen wir sind bereits in der luft hoffen halten marschbefehl bereit folgt mir vorwärts bereit für den tagen offen halten So, die können da die Netztürme wegmachen. Sie schlagen zu! Ja, vorwärts! Sofort! Sind auf Feinde gestoßen! Der Wartett schon! Feindkontakt! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Sind auf Feinde gestoßen! Das heißt, wir können hier auch dann aufmachen. Oh, ich habe nur sechs neue Hunde gekriegt. Sie haben es auf uns abgesehen! Bereit für den Kampf! Der Greif wartet schon! Hierin, Schenke uns günstigen Wind! Hierin, Schenke uns günstigen Wind! Das heißt, wir können hier auch aufmachen. Gebt das Zeichen! Auf mein Kommando! Und los! Vorwärts! Wir können jetzt wieder in den Süden. folgt mir! Erst die Lage und dann das Tor. Ja. Level 42 erreichen. Was habe ich gesagt? Was braucht der Bogen? 17, der 16. Herzfinder und Herzucker. Gucken wir mal anders. Habe ich irgendwelche tollen, leichten... Klingenwaffen? Klingenwaffen? Die da zum Beispiel. Ja. Die da ist sogar schon besser. Die da wiederum nicht ganz so. Und rüstungsmäßig... Hätte ich den... Hätte ich noch was? Das ist Magie. Das ist schwere Rüstung. Ja, den da. Das wäre 12. Habe ich noch was für 13? Sieht nicht so danach aus. Ne, 15 wäre das nächste. Aber das Ding wäre 13. Passende Hose dazu. Werden die da? Mhm. Ja, gut. Also würde ich sagen... Wie viel Level habe ich noch? 9 sind 16 Punkte. Wenn ich das hier alles auf 13 bringen will, brauche ich... die Hälfte der Punkte. So, 3, 6, 9. Mhm. Bleiben noch 9 Punkte für das auf 17. 13 brauche ich 6 Punkte. Bleiben noch 3 Punkte, um das hier auf 14 zu bringen. Ja. Ja, klingt nach dem Plan. Klingt nach dem Plan. Auf mein Zeichen. Sofort. Und los. Folgt mir. Sofort. Schnell. Und los. In die Schlacht. Zurück mit euch. Für... das Steigern habe ich genug Wettigkeit, ja. Hierin schütze uns. Oh ja, da kommt es auch immer wieder drauf an. Kriege ich die... Schnell. Sofort. Kriege ich die... Attributsbote los zusammen. Gut, sagen wir so, Geschicklichkeit brauchen wir für beide Stärken. Sie haben es auf uns abgesehen. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Also ja, bevor wir hier angreifen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Auge offen halten. Alles klar. Feindkontakt. Oh, da kommt die Schar. Der greift Warteton. Schenke uns ganz sicher mit. Also ja, erst hier unten, dann hier drüben. Dann mal gucken, ob hier oben noch auch... Ja, hier oben ist auch noch was. Auf jeden Fall. Auf mein Kommando. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Okay, das kann ich auf jeden Fall noch einmal steigern. Feindkontakt. Ihr habt gerufen. Hierin. Schenke uns günstigen Wind. Bereit. Sofort. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Alles klar. Der greift Warteton. Schenke uns günstigen Wind. Aber wir müssen da oben rum, hä? Ja. Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern. Auf mein Zeichen. Sofort. Na ja. Für dich bräuchte ich Geschicklichkeit. Und jetzt.